Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Video hier auf New VR Tech. Ja, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Ich bin hier bei meinem Onkel und ihr seht, ich habe keine VL-Brülle auf. Das müssen wir noch nachholen. Aber ich sitze hier in seinem Racing Seat mit Motion. Wie heißt das? Motion Rig. Motion Rig, genau. Ich kenne mich da noch nicht so aus, aber ich falle jetzt mal eine Runde hier. Das schaut auf jeden Fall ordentlich rein. Und ich kann mir vorstellen, in der VL-Brülle, wo ist hier Pit Limiter? Oben rechts. Oben rechts. Okay. Ich kann mir vorstellen, in der VL-Brülle, dass es sehr, sehr immersiv sein wird. Also ich kriege einen richtigen Schlag in den Rücken und im Nacken. Und ich traue mich hier echt keinen Fehler zu machen. Ich merke hier jede Unebenheit im Rücken. Jetzt fahre ich mal ins Kisbett. Also das perfekte Weihnachtsgeschenk für euch, wenn ihr schon eine Feiertel habt. Und das Hunger will man auch mal nachgehen. Also noch ein kurzes Update von mir. Frohe Weihnachten. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.